Und damit willkommen zurück zu einer neuen von Mario Maker 1 Level per Day. Das heutige Level, Shy Guy Try von Bumpy Pituna wurde uns eingesendet und ja, das ist vom 19.08.2018 relativ aktuell. Hat eine Abschlussrate von 0,32%. 14 Leute haben es geschafft und ich habe jetzt Zeit, 15 Minuten das zu schaffen. Bumpy Pituna Try. Ja, genau. Und ich Autos. Ich. Ernsthaft? Och nein. 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 Komm. Es geht ja alles um. Ich muss ein Ende. Das wird jetzt ganz schön angegeben. Oh, komm. Krass. König. So, das sind die einzigen Bilder, die ihr sehen werdet. Ich glaube, mehr Bilder werdet ihr gar nicht sehen. Come. Stop. Dammit. Dann kriege ich es mal geschissen und dann verbocke ich es doch wieder. Wir hatten bitte schön Spaß an so welchen Leveln. Ja. Meine Güte, Fresse, Leute. Meine Fresse, Leute. Ja, komm. Ja. 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 Geht schon gut los. Geht schon gut los. Ich spande das eher. Was? Was? Nein. Warum? Oh, was für ein Schrott. Was? Was ist ein Schrott? Man muss es auch echt übertreiben, oder? Wir hatten Spaß, so welche Level zu machen. Geil. Da muss sie wieder schneller sein, ne? Ach, leck mich. Ich kotze, ich kotze, ich kotze, ich kotze, ich kotze. Lass mich raten, ich muss bis zum Schluss groß bleiben, ne? Alter, es ist ja jetzt nicht sein Ernst, oder? Macht ja fucking joke. Okay. So hat man denn das schaffen? Mal ganz im Ernst, da gibt's echt Leute, die haben das versucht. ich will nicht mehr würde jetzt schon am liebsten sagen alter alles kommt genau ich habe eine krise das problem ist oben ist die nächste strecke da ist eine lücke da springe ich rein mache ich doch gerne ich weiß nicht wie ich es geschafft habe aber ich bin schon mal weiter gekommen ja RIP 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 Nein Whew Ja Jetzt kam ich gut durch und dann sowas Ich muss genau da oben landen und mich einfach droppen lassen Da muss ich mich droppen lassen das ist jetzt wirklich Trial und Error Error ist Trial Ja, Trial Soll ich denn den Hit hinnehmen? Wer hat den Hit mitgeplant? Alter, der hat sie doch nicht mehr alle Ich muss den Hit mitgeplant haben Alter Junge, du hast Ein an der Waffe Fick dich! Nicht wundern meine Käppi, die wird wieder als grün erkannt Wobei ich da gesagt habe, ich hab' ein bisschen Geld Aber egal Ach, denk mir doch Das ist ätzend Ach komm Ja, ich bleibe noch ruhig, weil es jetzt gerade das Wir seit langem mal wieder ist, was ich aufnehme Aber es ist schwer ruhig zu bleiben Wirklich schwer geht Vielleicht so Ich glaube einige hätten mir schon X10 Löffler Ich hab' aber gleich den Ich weiß nicht in welchem Rhythmus ich da springen muss Dass das perfekt funktioniert Ah, ich muss das Feuer machen Verleck mich doch an Der will Oh, 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 oh Ich trink' Du Ich Trink' Ich Leck mich doch an hin Alter, ich muss so früh springen, das glaubt ihr gar nicht. Ach, zu früh. Ich muss so früh springen, zu früh. Ah, da hätte ich schon springen müssen. Verdammt. Wenn es da vorne hakt, dann ist es echt scheiße. Äh, Mann. Ich verstehe nicht, warum da oben diese Rampolin runterkommt. Geht da oben gar nichts. So, einfach so machen wir jetzt noch, weil, äh, dann wird jetzt schon, genau, legt mich am Arsch. Ich denke mal, dahinter die Mechaniken sind richtig geil, aber ich sage ganz im Ernst, für mich ist das kein Level-Bumpi-Petuna. Danke aber für deine Einsendung. Ich bedanke mich ganz herzlich auch fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal. Denkt an eure Level, ab in die Videokommentare damit oder beziehungsweise ab in das Formular im Kommentarbereich, im Beschreibungsbereich. Ich sage, ich bin euer Torwart rein. Tschö, tschö.